Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind immer noch auf dem 4-1-2-1-2-Team, man glaubt es gar nicht. Aber ich will dem Team jetzt nochmal eine Chance geben im Let's Play. Aber ich sag mal so, wenn das daneben geht, dann spiele ich einfach keine Viererkette mehr. Ist halt einfach so, weil ich hab das schon tausendmal angekündigt. Es muss mir Spaß machen und bisher hab ich mit diesem Team noch nicht unbedingt so den Spaß. Zwar drei Spiele und ja, dann seit sehr langer Zeit mal wieder im Let's Play eine Niederlage im Elfmeterschießen bekommen. Ich meine, das ist schon ein bisschen auffällig. Also die meisten Spiele sind halt eher dominierend und auch in diesem Pokal. Also ich hab in dem Pokal privat auch schon ein paar Spiele gemacht. Hab auch fast alles gewonnen, deswegen, beziehungsweise ich hab alle gewonnen bis auf dieses Spiel. Und jetzt 4-1-2-1-2 läuft einfach nicht so ganz. Es ist nichts für meinen Spielstil. Aber wie gesagt, wir versuchen es jetzt nochmal. Ich will es nicht sofort aufgeben. Er hat ziemlich komische Trikots. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so überhaupt spielen soll. Weil ich hab dunkle Hosen eher wahrscheinlich auch. Ja, egal. Wir versuchen es mal. Gegnerische Team. Silber. Okay. Ähm, ja. Boah. Ich kenne nur noch diesen Biondini. Heißt ja, glaube ich, der rechte ZM. Ziemlicher Schrank. Ansonsten nur Italiener und nur Silber. Alles Serie A. Müsste. Ne, ne. Da sind auch vorne welche Serie B. Ich weiß jetzt zwar nicht die Vereine, aber da sind ja halt nicht nur Dunkelgrüne links. Deswegen muss auch noch eine andere Liga dabei sein. Und, ja, gucken wir mal. Wenn ich natürlich gegen Silberteam jetzt auch noch verlieren würde, dann wäre es für das Team auf jeden Fall zu Ende. Also, ja, dann wäre es wirklich zu viel des Guten. Und ich würde wieder auf eine Dreierformation wechseln. Welche weiß ich noch nicht. Ja, es ist auch das der Fall, was ich mir dachte. Die Trikots sind wirklich nicht so super gewählt. Beide schwarze Hosen und auch obenrum dunkel beide. Meine Trikots, muss ich auch ehrlich zugeben, sind nicht so pralle. Das schwarze ist zwar schwarz genug gegen weiß. Allerdings ist das helle Trikot in Anführungszeichen. Schade, kommt nicht durch. Das helle Trikot in Anführungszeichen ist nicht hell genug. Es ist halt, wie ihr hier seht, so... Ja, das sieht auch nicht aus wie Gold. Das sieht eher aus wie Kotze. Also, nicht unbedingt so der Hammer. Mal gucken, was wir hier machen. Ziehen wir mal hier rein. Mit dem Santi... Boah, da ist schon wieder das der Fall gewesen. Ich habe den Spieler, der da reingerannt ist, vielleicht habt ihr es gesehen, mit dem Spieler von mir verwechselt. Deswegen habe ich eigentlich nur den Pass gespielt. Im Endeffekt wollte er da natürlich zu Torres spielen, weil der Spieler, den ich da anscheinend gesehen habe, gar nicht da war. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich denke mal, entweder wieder auf die... Wie heißen sie? Ähm... Celtic Trikots. Weil die sind schön erkennbar. Einmal weiß, einmal schwarz. Oder ich mache einfach mal so ein Mix. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber hier soll es ja nicht um Trikots gehen. Hier soll es darum gehen, ob wir das Team behalten. Und deswegen sollten wir uns hier ein bisschen konzentrieren. Und der läuft nicht durch. Nein, ich wollte auch nicht auf Suarez spielen. Ich wollte eigentlich außen Navas, denke ich mal, war es. Der da durchgestartet ist. Ja, das war aber nie so der Hammer. So, ähm... Company. Abseits. Hat der Schiedsrichter aber ziemlich lange für gebraucht, um da mal abseits zu pfeifen. Hier auf Torres. Ja, so halb gewonnen, das Luftduell. Suarez. Ja, er geht aggressiv mit zwei Leuten drauf. Macht er gut. Rausklären hier. Hinten ist es echt noch eine Katastrophe bei mir, muss ich sagen. Also es ist echt... Boah, Alter. Regt mich schon so ein bisschen auf natürlich, weil... Ah, das... Wenn man seinen Spielziel nicht spielen kann, diesen Druck, den ich brauche, den ich machen muss, sonst kann ich den Gegner auch nicht zu Fehlern verleiten, kann ich hier einfach nicht bringen. Das geht nicht. Hier setzt sich Torres durch. Flanke auf Suarez. Aber der kann sich nicht durchsetzen. Fellaini aber wenigstens schön breit, nicht zu weit nach vorne aufgerückt. So, und jetzt hier mit dem... Boah. Gut gemacht von Compagnie. Das ist dann wichtig, wenn man mal so einen Schrank mit da drin hat. Lopp passt über die Abwehr, ist abseits, ne? Ja. Abseits. Hätte er für den Schiedsrichter auch mal vorher machen können, aber ich habe, glaube ich, die Fahne noch so im Augenwinkel gesehen. Ja, da hätte sich dann Suarez mal ein bisschen bewegen können, dann hätte er den vielleicht gehabt. So, ich laufe jetzt hier mal durch. Das war nämlich eigentlich relativ klar. Genau, wie es klar war, dass ich dem Ball die Linie runterspielen möchte. Und er das natürlich gewusst hat. Boah. Der Ball kam richtig mies, aber hat da auch nicht so ganz mit gerechnet. So, also das ist echt hier, da muss ich egal gegen was für einen Gegner ich spiele. Ich weiß jetzt noch nicht, wie gut der ist. Blöd scheint er nicht zu sein, sonst hätte er hier schon einen gefangen. Allerdings muss ich hier mich echt gegen auch vielleicht etwas schlechtere Gegner konzentrieren, mit die ich hier hinten gut stehe in der Abwehr. So, und jetzt mal durchgeschickt auf Suarez, aber der ist langsamer, echt krasse Scheiße. Was hat er denn für Verteidiger? Ich überlege nämlich gerade in der Serie A, da gibt es doch eigentlich nur als schnelle Verteidiger diesen Santa Croix oder sowas. Und obwohl, nee, nicht obwohl, sondern obwohl Spanische Liga war die, die relativ lahm war. Ich glaube, in Italien gibt es noch ein paar mehr. Aber ich glaube auch nicht glänzende. Sonst wäre dieser Santa Croix oder wie er heißt, nicht so beliebt. Na gut, er hat natürlich auch noch Serie B, vielleicht ist da was zu finden. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Jedenfalls, ach, Pachquale hat er auch. Den kenne ich noch. Ach nee, Quatsch, ich meine jetzt Pachquato. Pachquale ist wieder was anderes. So, Pachquato hätte ich auch, glaube ich, am Bild erkannt. Das war so einer, der relativ gerne genutzt worden ist in FIFA 12 vorne mit El Sharabi in Silberteams. Pachquato und wer war denn der Dritte? Das war doch ein Tunesier oder sowas. Boah, Alter, wie er sich durchpusht mit dem, keine Ahnung, wer das ist. Mit seiner Nummer 10 pusht er sich da fast an Company vorbei. Fellaini. Balleroberung zwar, ja, aber, ja, so und jetzt hier Lobball. Oh, da rennt Zures wieder nach hinten, ey. Boah, ich sag im letzten Gameplay noch, er ist eigentlich schön vorne, aber jetzt irgendwie als das Gegenteil der Fall. Ist ja klar, dass er nicht ins Upside rennen soll. Allerdings soll er natürlich auch nicht 50 Meter erst wieder nach hinten rennen. Er hätte einfach nur stehen bleiben müssen. Dann hätte er sich eventuell noch durchpushen können. Die Michele, okay, ich kenne die alle nicht. Sagt mir jetzt alles nicht unbedingt was. Auf der Linie geklärt. Hier durchgeschickt auf Suarez. Ja, da sind wir jetzt natürlich nicht. Boah, fuck. Ist alles zugestellt. Jetzt hier mal durchgeschickt auf Santi Casola, der aber auch nicht so schnell ist. So, ziehen wir rein. Boah, hat dann Brocken anscheinend in der Abwehr stehen. Durch zwei Leute kamen wir dann nicht durch. Kompany, Mitte, Kante, rübergelobbt. Ja, aber nicht so richtig rübergelobbt. Hüpf. Ah, Hazard, komm Junge, push dich. Also langsam sind seine Spieler auf jeden Fall nicht. Aber das sollte in Silberteams klar sein, weil ein bisschen muss man einfach durch den Pace rausholen. Es gibt nicht nur Agbon Lahors oder sowas, die halt im Prinzip den Pace noch nicht mehr brauchen, weil sie können auch schießen und so. Ah, der ist schnell, der ist schnell. Ramos fast in Balleroberung gekommen. So, raus das Ding. Also hinten steht der richtig solide. Ich kann halt immer nur von 4-1-2-1 so reden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im 3-5-2 besser durchkommen würden. Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich ein wenig besser, weil ich halt mehr Druck machen könnte. Kann, nicht können. Er baut auch hinten fast immer eine 5er-Kette dann auf, wenn ihr das schon gesehen habt. Jetzt hier nochmal durch auf Jesus Navas. Navas, Flanken, weil das Ding reinkommt, nicht gut, die Flanke. Legt sich wieder fast auf die Backen. Ich muss auch sagen, Navas gefällt mir gar nicht so gut. Also wo wir mal das 3-Ligen-Hybrid hatten. Da kommt jetzt irgendwie Kappa, keine Ahnung. Und ja, 1-0. Also ich denke, es ist besiegelt. Ich werde dieses Team auf keinen Fall weiterspielen. Es hat keinen Sinn. Es kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass es an den Gegnern liegt. Weil, wie gesagt, mit 3-5-2 habe ich auch schon wieder einige Spiele gemacht. Und ich habe im Let's Play noch, ja, ich brauche immer, keine Ahnung, fast 50 Episoden, bis ich meine Niederlage hochlade. Und dass jetzt eine zweite Niederlage gleich hinten dran kommt, das wäre einfach, ja, das kann einfach nur in der Formation liegen oder nichts anderem. Ich meine, ich kann mit der Formation keinen Druck aufbauen. Ist einfach so. Und deswegen kommt die weg, ab in den Müll. Fertig ist das. Hat einfach keinen Sinn so. Wir können das Ding natürlich hier noch gewinnen, aber es macht keinen Spaß. Und deswegen raus mit dem Team. Beziehungsweise nicht unbedingt mit dem Team, aber mit der Formation. Also ich habe ja gesagt, das Front-Dreieck da kann man eigentlich so lassen. Weil Tore schießen können sie schon. Aber das war es dann auch in der Formation. So, jetzt durchschicken nochmal. Nee. So. Irgendwie die Formation, ich weiß nicht. Im Mittelfeld und Offensiv ist sie zu defensiv. Aber hintenrum, wo es defensiv wichtig wäre, ist sie irgendwie gar nicht defensiv. Weil die Leute irgendwie zu weit aufrücken. Und ja, es, man kann eigentlich nur Lücken reißen, wenn man da irgendeinen Spieler nimmt. Ich weiß, dass das nicht bei allen so ist, sonst würden nicht so viele diese Formation spielen. Aber ich komme damit überhaupt nicht klar mit dieser Formation. So. Nein. Torwart. Ja, gut, kommt auch an. Ich habe schon mal einen Atem angehalten. Ich dachte, es geht mal wieder zum Gegner. Aber es klappt hier. Ramos. Auf die Außen. Zurück. Nee. Jetzt mal hier Fellaini. Mitte. So. Ah, verdammt. So können wir jetzt abfangen, das Ding aber. Mitte. Torres. Außen. Oh, die laufen auch nicht nach vorne. Was macht denn Torres da zum Beispiel? Torres bleibt einfach nur stehen. Obwohl da nicht annähernd Abseits in der Nähe ist. Navas. Ja, Eckball. Also die Formation pisst mich nur an, ey. Nee, nee, das werde ich auf keinen Fall so machen, weil das kann euch im Prinzip auch keinen Spaß machen, wenn ich hier nur am Nörgeln bin. Und ich kann aber hier auch nichts anderes machen. Ich finde einfach keine positiven Aspekte, beziehungsweise Dinge, die ich hieran besser finden könnte als an der Dreier-Formation, finde ich einfach nicht. Und aus dem Grund kann ich nur nörgeln. So. Durchgelassen. Weitergespielt. Suarez. Oh, reingeflankt. Torres. Ja, hier zwar 1 zu 1, aber das ändert auch nichts an meiner Meinung. Es ändert auch nichts daran, wenn wir hier gewinnen sollten noch. Ich hoffe mal nicht noch mal Verlängerung, weil sonst kann ich schon wieder meinen ganzen Videoplan in die Tonne drehen. Ja, geklärt hier. Ich lasse am besten am Ende des Videos nochmal mich ein bisschen zu 4-1-2-1-2 aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich jetzt hier also rum nörgeln, ist auch scheiße. Es ist einfach Katastrophe. Ich kann nicht damit aufhören. Ecke, die Michele. Okay, er spielt sehr defensiv. Na gut, kann man ihn nicht verübeln. Also ich meine, wir haben ja schon ein relativ starkes Team. Auch offensiv bedingt sollte es eigentlich stark sein. So. Jetzt hier Torres. Mal hier Suarez durchgeschickt. Aber kommt da auch noch mit seinem Verteidiger hin. Ja, die Dinger kannst du dann eher vergessen. Ich kann ja mal hier defensiv machen. Vielleicht steht es halt ein bisschen besser. Habe ich noch nicht probiert hier mit dieser Aufstellung. Außen durch, Kompany. Er darf jetzt natürlich nicht den Lauf spielen. Aber Ramos sollte da eigentlich aufpassen. Das gibt es nicht. Also ohne Scheiß. Ich, oh, meine Fresse. Ich bin sowas von krass angepisst von dieser Formation. Ich kann hier nicht mit verteidigen. Ich kann, egal welchen Spieler ich rausziehe, der reißt dann wiederum eine Lücke. Und, nee. Nee. Da ist es rum für mich. Also es geht hier gar nichts. Es ist kompletter Dreck. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Und es wird von mir auch gar keine Vierer-Formation mehr geben. Ich werde vielleicht nochmal, ja, dann, wenn ich Teambillings mache, Vorschläge machen für eine Vierer-Formation. Aber ich werde kein Vierer-Team mehr bauen. Das gibt es bei mir nicht mehr. Ach, Alter. Ich bin so krass angepisst. Und wenn er jetzt noch denkt, Zeitspiel machen zu müssen, dann, ja, dann geht es noch weiter. So, jetzt hier nochmal Balleroberung von Klischee. Kannst du vergessen. Fellaini, ja, das ist einfach noch der einzigste Lichtblick hier, Fellaini, dass der im Mittelfeld da nochmal ein bisschen was abräumt. Aber meistens laufen die, das ist fast so, als wenn ich immer sage, Dreierkette müsste aufpassen, dass ihr auch einen defensiven im Mittelfeld habt. Das kommt mir so vor, als ob ich das halt gerade nicht hätte. Und, ja, das Hura ist halt hier 2-2, ist mir aber Latte. Es kommt mir echt so vor, als ob ich so eine richtig offensive Dreier-Formation spielen würde. Aber nicht nach vorne, sondern nur nach hinten. Weil die Gegner laufen irgendwie bei mir immer nur gegen die Dreierkette. Äh, gegen die Zweierkette im Prinzip, gegen die zwei Innenverteidiger. Ey, das ist unglaublich. Ey, es kotzt mich einfach nur noch an. Also, es ist, boah, Alter. Und, da ich solche Let's Plays nicht mehr bringen will, wird es echt keine Viererkette mehr geben. Das ist einfach nur eine Katastrophe, was hier abläuft. So, Torres hier nochmal durch. Torres, push dich mal. Suarez wird geblockt. Flanken wir trotzdem Suarez. Und ihr seht das auch, mit dieser 4-1-2-1-Tour spiele ich ja fast nur über die Flügel. Also, das ist bei einer Dreierkette mal überhaupt nicht der Fall. Nur so als Anmerkung. Santi Casola will ich den Freistoß schießen, weil, ja, das kann er auf jeden Fall. Ich habe schon einen mit ihm reingemacht. Und er macht auch diesen Fast rein. Das kann er definitiv. Ah, scheiße, wir haben hier umgestellt auf Defensiv. Das war jetzt natürlich... Äh, Navas hier mal abgelegt. Boah. Castola, Strafraumkante nochmal abgelegt. Torres. War's, glaube ich. Ey, nein, wir können jetzt hier nicht nochmal in eine Verlängerung gehen, sonst ist mein komplettes Konzept im Eimer. Und da ist drüben alles frei. Und wir spielen eine verdammte Viererkette auf Defensiv. Es waren schon bei der Ecke extra nur zwei Stück vorne drin. Da frage ich mich, wo die anderen sind, die dann eigentlich, wenn es nur zwei vorne sind, äh, ja, die dann eigentlich hinten sein sollten. So, Fellaini, komm, pusht dich nochmal hier. Ja, hier, Gegner, Luft. Beziehungsweise, ich denke mal, er will einen Lauf spielen. Hier spielen wir einfach nach außen. Ich sehe hier nichts. Ja, okay, hätte ich mal lieber lassen sollen. So, Fellaini, außen auf Hazard nochmal. Und jetzt spielen wir das Ding hier lang und weit zum Torwart in die Arme. Ja, türkisch Star 74. Bei, ja, 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 ja. Natürlich kann man nicht sagen, dass der Gegner schlecht ist oder sowas. Er spielt das schon nicht schlecht runter. Allerdings sage ich, dass ich mit einer Dreierkette hier gar keine Tore fange. Ich meine, er hat auch nur die zwei Möglichkeiten. Und diese zwei Möglichkeiten kommen bei einer Dreierkette bei mir einfach nicht zustande. So, gucken wir mal hier nochmal. Ramos plockt ausnahmsweise mal. So, jetzt Mitte. Durchgesteckt auf Suarez, aber er wird dem wahrscheinlich... Oh, wir sind noch im Ballbesitz. Wenn jetzt mal da wer starten könnte. Verdammt, ey. Ja, okay, wir kriegen die Flanke trotzdem rein. Hinten Torres, Santi Casola. Nein. Aber ihr merkt das richtig. Ey, das kann nicht sein. Das ist zum Kotzen. Ich kriege hier keine zwei Videos hoch, wenn ich jetzt auch noch eine Verlängerung aufnehme. Schon wieder. Boah, verdammt, ey. Ne, also aus dem Grund. Nix mehr Vierer, immer Dreier. Immer. Da könnt ihr leider weinen, wie ihr wollt. Es gibt bei mir keine Viererketten. Ich kann sie einfach nicht spielen. Zum Beispiel das wieder. Habt ihr das Tor eben gesehen, wo er den Job macht? Nach diesem Job ist bei einer Dreierkette bei mir 100 pro. Der Innenverteidiger noch innen drin und kann den Schuss blocken. Beziehungsweise sofort den Ball ablaufen. Ist hier nicht möglich, weil die Innenverteidiger zu weit auseinander spielen. Und das kann ich halt leider auch nicht mit einer taktischen Einstellung ändern. Weil das Ding ist ja einfach, es sind halt nur zwei Innenverteidiger. Bei einer Dreierkette sind es drei Innenverteidiger. Und mir ist es wichtiger, beziehungsweise ich komme damit besser klar, wenn ich die Zentrale verteidige. Und die Außen, ja, da helfe ich da ein bisschen mit dem linken und rechten Mittelfeld aus. Das reicht dann aber im Endeffekt. Ja, jetzt warten wir mal hier. Und ja, der Gegner hier verzögert das Spiel jetzt auch noch ins Maßlose, will ich mal sagen. Er ist richtig zum Kotzen hier. Ich glaube, ich kriege das echt nicht alles hoch. Weil zwei Verlängerungen, ich meine, wann gibt es bei uns schon mal Verlängerungen? Eigentlich nie. Ja, hier gibt es jetzt gleich zwei Spiele, Viererkette, zwei Verlängerungen. Naja. Ich hätte vielleicht mal ein, zwei Testspiele mehr machen sollen. Beziehungsweise ich habe ja zwei Stück gemacht. Da habe ich mir gedacht, ich kann das Team nicht schon wieder, ich hätte es am liebsten da schon wieder verkauft. Aber ich habe mir dann gedacht, ich kann das Team nicht schon wieder gleich verkaufen. Sondern ich muss hier erstmal ein, zwei Spielchen machen. So, Navas schießen wir einfach mal mit links. Joa, Dreck. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht einfach schon wieder das Team wegmachen und dann einfach wieder eine Dreierkette aufstellen. Und aus dem Grund jetzt hier zwei Spiele und ja, zweimal Verlängerung, ey. Das ist unglaublich. Durchgesteckt auf Suarez. Und ja, kann er mir ablaufen, aber Suarez holt sich den Ball hier wieder. Aber jetzt hier gejobbt, geflankt und kann er wieder ablocken. Bringen wir das Ding rein. Perea. Und da kommt irgendwer, der aber irgendwie nichts Gutes dabei macht. Außen. Achso. Erstmal jetzt hier nochmal außen. Jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, wir flanken einfach nochmal. So, jetzt kann ich mal hier wieder ausgeglichen machen. Hat jetzt meiner Meinung nach nämlich auch nichts gebracht, dass das hier aufs Defensiv stand. So, der ist im Aus. Na, komm. Fellaini. Jetzt hier auf außen. Wieder nach innen. Und wieder. Und jetzt hier Lopez über die Abwehr. Fernando Torres. Ja, sehr schön. 3 zu 2 zwar, aber meine Mine ist noch nicht erhält von dem Spiel. Komm, hol dir den Ball. Fellaini. Fellaini, er hat eigentlich perfekte Attribute. Das Einzige, was mich ein bisschen ankotzt bei ihm, dass er ein bisschen träge ist. Er ist nicht so ein aggressiver. Ich weiß nicht, vielleicht hat er in echt, also was heißt in echt, jetzt hier in echt in FIFA, hat er Aggressionsstats. Die sehe ich dann aber nicht, falls es so sein sollte. Also, ich finde, er geht ein bisschen nicht aggressiv genug in die Zweikämpfe. So, Santi Casola. Schicken, ja, Schicken vor allem. Wie immer, Hazard durch. Boah, ist der schnell. Alter Vater. Jetzt mal hier abgelegt. Nochmal abgelegt. Nochmal nach hinten abgelegt. Ja, da ist er. Ja, da habe ich ein bisschen zu viel abgelegt. So, zweite Halbzeit. Ja, irgendwie noch überstehen mit diesem Team. Ja, komplett ausgeglichen die Stats. Jetzt sieben Schüsse er, sieben Schüsse ich. Alle sieben aufs Tor. Von wo die jetzt waren, wissen wir natürlich jetzt noch nicht. So, bin ich draufgegangen. Und 50-50 Ballbesitz. Also, das hier ist echt ein interessantes Spielchen. Suarez gegen Rosi. Interessanter Name. So, mal gucken, ey. Wir dürfen jetzt hier echt irgendwie mal keinen mehr fangen. Also, ohne Scheiß, mit einer Dreierkette möchte ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken machen. Aber bei der Viererkette habe ich jetzt mittlerweile schon so viel gesehen, dass ich mir da schon ein bisschen Gedanke mache, dass wir jetzt hier noch einen Fang und wieder ins Elfmeter schießen müssen. So. Ein bisschen hier. So, Fedaini rausgezogen. War auch im richtigen Moment. Und jetzt hier mal Lopez auf Suarez gegen Campo, keine Ahnung, Campo Rezo oder so. Alter, er hat auf jeden Fall schnelle Verteidiger. Das können auf keinen Fall eigentlich welche mit 60 Pace sein. Boah, was ein mieser Pass von Navas. Also, Navas würde auf jeden Fall, wenn wir wieder auf 3-5 irgendwas umstellen, rausfliegen. Weil Navas gefällt mir gar nicht. Der ist irgendwie viel zu körperschwach, hat noch nicht mal einen guten Schuss. Ach ja, irgendwie die Pässe kommen auch nicht so ganz. Ja, was macht Perea bitte da? Oh, Alter. Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Guckt euch das bitte nochmal an. Der bleibt einfach stehen. Und jetzt bestimmt Eckballtor. Fackel raus, das Ding hier. Ich will mir jetzt nicht durch so einen Dreck hier noch ein Tor einschenken lassen. So. Ja, Company. Auf Perea. Ich will den jetzt eigentlich gar nicht so weit rausziehen hier. Alter. Nee, in der Mitte. Casola jetzt auch nicht so der Bringer. Bisher. Ja, Fellaini. Boah. War wichtig. Nochmal nach hinten. Casola. Nochmal nach außen. Und aus. Für uns. Irgendwie. Ach so, bei dem Team ist mir ja vorhin aufgefallen. Vorhin sind bei Einwürfen gar keine Spieler gekommen. Bei zwei Einwürfen von mir. Boah, haut er mich hier richtig um. Suarez. Ja, ey. Das passt zum Spiel. Aber es dürfte im Prinzip zu Ende sein. Five. Ey, hör auf, Mann. Hör auf. Ja, okay, wir gewinnen das Spiel hier zwar 3 zu 2. Aber ihr wisst es, die Viererkette kommt weg. Könnt ihr vergessen, ich kann mit einer Viererkette keinen Druck aufbauen. Jetzt habt ihr es sogar in zwei wunderschönen Gameplays gesehen. Ich fahle komplett mit einer Viererkette. Es geht überhaupt nichts. Hazard zum Beispiel hat mir im 3-5-2 in einer Dreierkette richtig geil im linken Mittelfeld gefallen. Hier im 4-1-2-1-2 fällt er komplett gar nicht auf. Und irgendwie geht bei mir alles über Flanken. Das ist richtig krass. Was eigentlich gar nicht bei mir so der Fall ist. Aber hier, ne, könnt ihr vergessen. Ich habe jetzt die beste Viererformation getestet und sie für failig empfunden. Für meinen Spielstil. Natürlich können andere damit spielen, die können damit Dreierketten nicht spielen. Jedenfalls, bei mir wird es keine Viererkette mehr zu sehen geben. Weil einfach, guckt euch die letzten beiden Gameplays an, dann wisst ihr warum. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde das Team umbauen. Beim nächsten Gameplay wird es dann wahrscheinlich ein 3-5-2 sein. Das Spielermaterial wird relativ gleich bleiben. Außer ich habe es schon angedeutet, Navas kommt ziemlich sicher weg. Und ansonsten muss ich halt mal gucken. Weil Dreierkette hat ja dann auch keine Außenverteidiger mehr. Die kommen dann natürlich auch weg. Und wer dann so noch mit reinkommt. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ansonsten kann ich nur sagen, schreibt mal eure Meinung dazu. Jetzt konntet ihr mich wirklich. Manche meckern ja wirklich, warum ich nie verliere und sowas. Ihr könnt euch jetzt über eine Niederlage und eine Fast-Niederlage von mir freuen. Und könnt euch die immer wieder schön reinziehen. Weil, ja, wegen Viererkette und so. Ich sage einfach, es liegt an der Viererkette. Weil es liegt auch nicht an dem Pokal. Ich habe dem Pokal schon auch einige Spiele mitgemacht. Mit der 3-4-2-1 mit dem Ibra-Team. Und habe auch alle Spiele gewonnen. Also daran wird es ganz sicher nicht liegen. Ich habe noch nie so Probleme gehabt mit so einer Aufstellung. Aber, ja, 4-1-2-1-2. Beziehungsweise es liegt auch nicht an 4-1-2-1-2, sondern einfach an einer Viereraufstellung. Jetzt habe ich genug gesagt. Weil ich will die Videos alle zeitlich hochkriegen. Und aus dem Grund würde ich sagen, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn wir ein bisschen gefehlt haben. Ja, lasst ein Like da. Schreibt fest in die Kommentare und ab ins Forum. Link ist in der Beschreibung. Das wäre es gewesen. Macht's gut. Ciao.